Hallo und herzlich willkommen zurück zu INCREDIBIT. Diese Folge wird auch wieder ziemlich zusammengeschnipselt sein. Bin ich mal gespannt, wie ich mich so schlage in den Level. So. 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 Juhu! Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir haben es geschafft bis drei Läden ich habe es verstanden und dann mit den komischen Steinen ich werde die ganzen Teil vorgespult das Video gefallen und wird ein bisschen kurz werden ich denke ich mal Dann lasst ein Abo da und wenn es euch gefallen hat, ihr werdet nicht vergessen und so halten, dann bis zum nächsten Mal, schüssi, kaufsdrehen.